Hallo, mein Name ist Oliver Rohrbeck. Ich bin gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Kai Schenker der Begründer der Lauscher Lounge, unserem eigenen Verlag, bei dem wir Hörspiele und Hörbücher rausbringen und wo wir uns auch auf die Vertonung von Computerspielen spezialisiert haben, unter anderem eben für Ubisoft. Hallo, ich bin Simon Jäger und den meisten werden wahrscheinlich bekannt als die Stimme von Matt Damon und Heath Ledger. Ja, mache seit vielen Jahren Synchron und Hörspiele und Lesungen, Bücher und jetzt auch Computerspiele. Überall sah ich, wie sie exakt denselben Scheiß wieder und wieder und wieder und wieder machten und dachten, dieses Mal wird es anders laufen. Nein, 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 bitte, dieses Mal wird es anders laufen. Es tut mir leid, aber mir gefällt nicht, wie du mich anlotzt. Okay? Hast du ein beschissenes Problem mit deinem Hirn? Laufst du etwas? Ich verarsche dich, glaubst du, ich lüge? Fick dich! Okay? Fick dich! Hallo, ich bin Gerrit Schmidt-Voss, ich bin Schauspieler und Synchronsprecher, viele kennen mich sicherlich als die deutsche Stimme von Leonardo DiCaprio oder Jeremy Renner und ich habe die Ehre, bei Far Cry 3 den Jason zu sprechen. Auf der ganzen Insel versklaven Warsch und seine Piraten die Körper und Seelen der Rakyat. Unsere Waffen werden nicht ruhen, bis Warsch zu unseren Füßen liegt. Wir sind die Krieger der Rakyat und ich führe uns zum Sieg! Ich habe hier in dem Videospiel mehr als 1800 Lines gesprochen, also 1800 Sätze, die wirklich von allem gingen, also von lauten und leisen Flüchen bis hin zu verzweifelten Sätzen, zu coolen Sprüchen. Insofern ist es schwer, daraus zu picken, woran ich mich da am meisten erinnere oder was mir am meisten Spaß gemacht hat. Aber ich fand es nett, dass auch im Original, ohne dass die wussten, dass ich als Sprecher von DiCaprio hier das auf Deutsch vertonen werde, das Zitat drin vorkommt, ich bin der König der Welt. You are me and I am you.